Wer hat sich das ausgedacht? Und ist dies Madness? So, wenn ich den jetzt wegnehme. Ich muss jetzt rum experimentieren. So. Äh, den jetzt wegnehmen. Und... Au. Ist natürlich geil, dass wir dadurch nicht sterben. Äh. Oh Gott, ey. Was macht ihr mit mir? Äh. Was? Was habe ich da jetzt getan? Nix Gutes, glaube ich. Hat das irgendwie Sinn? Was ich hier gerade tue? Oh, das passt nicht mehr. Oh nein. Ha, wie soll ich das denn schaffen? Wie heftig ist das bitte? Das ist bestimmt voll einfach. Ich gehe jetzt wieder hier hinpack. Kriege ich denn meinen Timer wieder? Nö. Okay. Ich meine, ich muss ja nur da hochkommen, theoretisch, ne? Boah. Da hochkommen, das ist so die Sache. Das ist so die Sache. Das ist so die Sache. Ich bin jetzt auch verdammt ruhig. Ich weiß, es tut mir auch leid. Ich konzentriere mich gerade nur voll. What? Das wäre jetzt nice, wenn nicht. Moment. Ich glaube, das wird nicht hinhauen. Nö. Das verstehe ich nicht. Gott. Frage ist, muss ich hier drin stehen bleiben? Oder störe ich hier wieder nur? Das kann natürlich auch sein. Dass ich hier nur störe. Muss da hochkommen? Das steht fest. So. Guck mal. Und den, der hier, der ist so, so stören. Pass mal auf. Look at that. So. Wenn ich den jetzt da reinstecke, stützt der noch weiter. Jetzt kann ich den da hinpacken. Der Dicke darf mir halt nicht um den Kopf fallen. Sonst ist hier ganz vorbei. So. Ich habe nur noch einen. Jetzt muss ich da hoch. What the fuck, ey. What the fuck? Das kann dauern. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann mal nachgucken. Sonst hänge ich hier 50 Jahre, ey. Das ist echt mies, ey. Das Rätsel. Krasser Shit. Vor allem, weil man die nicht irgendwo hinlegen kann, mal eben. Werde ich den da nie wegkriegen. Das ist bestimmt voll simpel, aber. Hm. Ich setze hier mal einen Cut und gucke für euch und mache für euch und probiere mal durch. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Bis zum... Bis gleich wahrscheinlich. Mal gucken. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Wunderschön. So. Dann muss ich den hier hochpacken. Ich habe es selbst ausprobiert und ich habe es nur noch mal in einem Video angeguckt, ob das auch was bringt. Also man kann hier ja so halbe Treppen machen. So. Jetzt fällt der da runter, aber ich kann mich ja hier hinstellen. So. Und jetzt kann ich ihn hier so ein bisschen rüberschieben. So. Damit hätten wir den ersten Knopf und nochmal zwei weitere. So. Gut. So weit. So gut. So. Und jetzt muss der ja nur runterfallen. So. Und den kann ich ja jetzt da rüberpacken. Dann kriege ich ja tausend neue. So. Und jetzt theoretisch. Terroristisch. Warum sage ich denn terroristisch? So. Pass auf. Ähm. Äh. Kriege ich den jetzt hier hin? So ein Mist. Jetzt kommt der Moment, wo ich mir denke. What the fuck. So. Pass auf. Wir müssen. Das habe ich jetzt wirklich nicht nachgeguckt. Das bastle ich mir gerade zusammen. Das mit der halben Treppe habe ich mal halb abgeguckt. Äh. Moment. Ja. Der eine Block, der stört. Ich störe vor allem. Vor allem ich störe. So. Und jetzt kann ich euch hier rüberschieben. Das Problem ist jetzt der eine Block. Nein. Der eine Block wird mir jetzt das Genick brechen. Pass auf. Wegen dem einen Block werde ich da jetzt nicht durchkommen. Und man hätte das ganze Rätsel nochmal machen müssen. Das ist jetzt ärgerlich. Nein. Oh. Warte mal. Ich kann ja nochmal. So. Wir haben es geschafft. Alter. Was zur Hölle. Gebt mir acht Stück. Glück. Never. Gebt ihr mir acht Stück. Das ist das letzte Rätsel. Ich habe alle Steine. Da. Und ihr wollt. Boah. Alter. Wie oft soll ich bitte abbrechen? Die müssen runterfallen. Äh. Tja. Ihr seid ja krass drauf. Aber das geht ja. Wenn man einmal checkt, dass sie runterfallen müssen. Oh. Shit. Der ist nicht runtergefallen. Damit habe ich einen Zug versaut. Ja, ist ja schön, dass der... Kacke ist das gerade. Ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Dürfe ich... Darf ich nochmal? Hm. Der Dicke muss weg sofort. Jetzt habe ich am Ende ein Problem. Ein kleines. Ich bin dran. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Der Dicke muss ebenso. Das ist es nicht locker. Ich bin dran. Er ist nicht locker. Ich bin dran. Ich bin dran. Not so. Wir dürfen halt den zuerst fallen. Und dann... Ich keine Ahnung. So. Darf ich den nicht so stellen, dass wir die alle einzeln fallen können? Das kann sich auch rein. Ich hab's mir selbst verbauen, in dem ich die Waren jetzt hinwege. Hm. Ich weiß, dass das irgendwie auch rein wird, nein. Hä? Ich hab's mir gedacht, Der Garten. Ich hab's mir gedacht, Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht. Das ist ein Verzaming. Was denn? The way this is... were you? Was the one who says? Was is so kind. Was the one? Was an earthenbeowal. Was bunt? Was bunt? Was oh hier. Was ist so cool? mit Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, ich kann mir aber noch mehr schieben. Ich muss da eigentlich die Welt nicht mehr vorstellen können. Ich darf nicht was verschaffen. Ach, 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 so. Hallo, ich bin's, nein, nein. Hast du mir noch mehr gelassen? Hm, hm. Ich darf nicht mehr von dir, ich darf nicht das anstrengen. Ich darf nicht das anstrengen. Okay. Ich darf nicht das anstrengen. ? Es ist ein Wetter, ist es ein Wetter auch zu bewegen. Fleoß dich, das ist uns sehr viel besser. Wenn du so die Nacht oder mich, dann lass mich die Kugel hier noch nicht nur mit. Wenn du das nicht hörst, dann kannst du dich növer. Wenn du das nicht hörst, dann hast du dich, dass ich dich, reingetest. - Dann vorbeischleusen. Rätselspaß! Ohne Spaß. Nein, das macht ja Spaß. Ich knubbel ja gerne sowas aus, aber... Ha. Hm. So. Hm. Hm, 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 hm. Nur rede ich dabei immer so wenig. Das ist mal ein bisschen doof. So. Pass auf. So, jetzt haben wir den. Äh. So, und jetzt müsste ich's doch eigentlich geschafft haben, oder? Weil der dicke Block ist jetzt über den beiden. Ich hab's, glaub ich, geschafft. Oh mein Gott. Ohhhh. Gott. Das Level war heftig. Und alle, die noch dran geblieben sind, sind die Besten. Super Pogo. Hey, hallo, Super Pogo. Weiter geht's. Oh. In den Kommentaren wurde geschrieben, dass einem das Level an, äh, Doodle Jump erinnert. Ja, das stimmt schon. Nur Doodle Jump war ein bisschen schlimmer. Ich mag das Pogo Jump Geräusch. Okay. Die Musik ist cool, die hier kommt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Oh, mit Feuer. Das ist natürlich nicht so angenehm. So, hallo. Oh Gott. Jetzt hab ich kurz so'n, 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 so'n Tunnelblick. Hab nix mehr gesehen und dachte, ich sterbe jetzt, aber hat geklappt. Okay, die Plattform geht nicht kaputt. Das wär mies, wenn die Plattform hier kaputt gehen würde. So. Ach ja, natürlich müsst ihr, müsst ihr auch dabei sein. Hat jetzt noch nicht so viel mit euch zu tun, aber... Es muss trotzdem... Okay. Das, das, das hätte jetzt gut schief gehen können. Oh nein. Hat er zwei? Hat er. Okay. Schnell hier durch. Schnell hier durch. Alter. Hat er auch zwei? Ja. Natürlich hat er zwei. Was frag ich da noch so blöd? Okay. Nein! Oh Gott, ich hab's geschafft. Alter! Ey! Ich bin auch knapp über der Zeit, äh, nur ganz knapp über der Zeit. types. Ich bin auch knapp über der Zeit. Ja. Bis zum nächsten Mal.